Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich einen neuen XP-Glitz Chapter 4 Season 4 und wie ihr schnell Level 100 erreichen könnt. Also zuerst geht ihr bei Modus ändern, dann bei Off-Insel-Code und tragt einmal diesen Insel-Code hier ein und zwar 2889-64748906. Drückt ihr einfach mal bestätigen und dann auswählen. Es ist bei euch öffentlich, macht ihr einfach mal privat, dann sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Ja Leute, wenn die Runde hier startet, geht ihr einfach hier nach vorne, dann geht ihr einfach nach rechts. Seht ihr einfach mal hier jetzt, geht ihr einfach mal hier hin, drückt egal, irgendein Emote. So, wenn es fertig ist, zack, dann wird ihr hierhin teleportiert und ihr wartet einfach mal 10 Minuten, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, Timer zu Ende und ihr seht, wir müssen hier einen Code reinschreiben und zwar der Code ist einmal 4. Hier, ok, 3, 4 und hier 2 mal die 7. So, 4, 7, 7, dann drückt ihr Control Reset Unlock All. Drückt ihr das einfach mal und ihr seht, Secret Unlocked. Und dann steht ihr hier bei Start, Start AFK XP. Drückt ihr einfach mal drauf und ihr seht, ihr bekommt schon 100er Schritt XP. Ok, dann nehmt ihr einfach mal hier diesen Grappler und dann seht ihr hier Secret Area. Geht ihr rein und wenn ihr, ihr seht ja hier das große Gebäude, geht einfach mal hier rein, dann hier geradeaus. Dann seht ihr hier einen kleinen Bombusbaum, sag ich mal so. Dann steht hier Admin XP, drückt ihr drauf und ihr seht, ich hab jetzt schon 18.000 XP, 20.000 und so weiter Leute. Ihr seht 26.000 XP, ein Levelaufstück hab ich schon. Und ja, für den zweiten XP Glitch müssen wir einfach mal hier rein, ich hab jetzt schon 60.000 XP. So, einfach mal hier rein. Und dann seht ihr hier den Bildschirm, drückt ihr Admin XP und wir bekommen noch mehr XP. Ihr seht ja schon 80.000 XP. Für den dritten XP müsst ihr einfach mal hier zu diesem Gebäude hin. So, einfach mal draufgrabbeln. So, hier und dann hier rein und dann seht ihr hier das hier und dann Secret XP. Drückt ihr drauf und ihr seht, ich hab jetzt schon 143.000 XP Leute. Das ist ein krass, krass guter XP Glitch, wie ihr seht, aber ist noch nicht vorbei. Für den nächsten XP Glitch müssen wir einfach mal diese Gebäude hier. Okay, machen wir mal. So, einfach mal hier und dann hier rein. So, dann läuft ihr einfach hier geradeaus durch. Dann seht ihr hier Secret XP. Klickt ihr drauf und ihr seht, wir haben jetzt schon 210.000 XP Leute und das war noch nicht mal alles. So, machen wir weiter und zwar, wir müssen jetzt einfach mal hier wieder rein und zwar in die zweite Etage, sag ich mal so. Und dann hier direkt in der Ecke. So, ihr seht hier Secret XP, klickt ihr schon wieder und ihr habt jetzt schon 230.000 XP. Ja, das gibt es einen weiteren AFK Boost. So, ihr geht hier einfach mal durch unter der Treppe, seht ihr hier, AFK XP Boost. Klickt ihr einfach mal drauf und es wird immer mehr und mehr. Dreht ihr euch um, ist hier direkt ein zweites AFK XP Boost. Klickt ihr einfach mal rauf und dann dreht ihr euch einfach um durch die Tür hier rein. Dann seht ihr hier an der Wand direkt AFK XP Boost. Nochmal, klickt ihr einfach mal rauf Leute. Und jetzt müsst ihr rausgehen, so komplett raus und dann hier einfach mal das Poster suchen wir mal ganz kurz. So, jetzt waren wir hier. Gehen wir einfach hier weiter, die ganze Zeit und dann sehen wir hier so ein Teddybär Poster. Gehen wir einfach mal rauf und dann seht ihr AFK XP Boost Rift. Klickt einfach mal rauf und ihr seht, ihr seid hier. Ihr könnt hier jetzt die ganze Zeit AFK stehen bleiben, wie ihr sehen könnt. Die ganze Zeit könnt ihr einfach mal hier irgendwas anderes machen, aber ihr könnt auch verlassen. Dann seht ihr hier wieder und zwar nehmt ihr einfach mal Explosionsschleimwerfer. Geht hier wieder zu den Heels. Macht egal, ein Emote. So. Eine Sekunde. Zack. Geht ihr hier in die Secret Area. Dann geht ihr hier rauf Leute. Da ganz oben. So. Tanzt ihr einfach mal, dann seid ihr hier gespawned. Und hier könnt ihr Wildschweine eliminieren. Mit den Explosionsschleimwerfern ist ganz gut. Könnt ihr einfach reinsprayen und ihr seht, ihr bekommt richtig viel XP. Das könnt ihr halt die ganze Zeit machen. So. Ihr seht es. Ihr bekommt XP pro Eliminierung und so weiter Leute. Ihr seht, wir haben jetzt schon 256.000 XP. Falls keine Lust mehr habt, könnt ihr einfach mal hier zurück gehen. Und ihr seht hier auch ein XP Tresor. Wenn ihr 41 Minuten hier ein bisschen wartet und dann wird sie geöffnet, könnt ihr noch mehr XP drin sammeln. Dann boostet euer XP noch mehr. Und ja Leute, ihr seht, ich habe momentan 335.000 XP und es wird immer weiter und weiter. Ihr könnt ein bisschen chillen, ein bisschen essen gehen und so weiter. Ihr könnt zurückkommen. Es wird immer gezählt. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gerne, wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Da würde ich euch sagen, war schon mit dem Video. Und ciao. Bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. 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 Tschüss.